hallo freunde datenhighway kiosk aus dem datenhighway kiosk ist so eine anfrage gestartet worden aber nicht vielleicht eine poststelle warum in so einem datenhighway eine poststelle warum nicht wir haben das copyhaus war das medienhaus und dazu vielleicht noch eine poststelle wäre gar nicht mal so schlecht nebenan ist war die postbank bank die wären froh wenn sie die post ein bisschen abgeben könnte da wir in 2000 meter geradeaus eine poststelle hatten die macht nämlich zu sich schließt haben wir gesagt gut warum nicht vertreter kommt dann halt am montag und dann unterhalten wir vielleicht wird hier raus auch eine post dienst stelle vielleicht macht man daraus auch vielleicht einen tollen videoclip wie von der post wie in alten zeiten ach herrlich man kann ja eine menge machen auch als postillion wenn ihr versteht was ich meine die postion wenn die da ihre comedy abgehen dann sind wir hier der medienkanzler von der post der bringt dann irgendwie die papiere ob nun panama papiere oder paris papiere an den mann ja das wäre das wäre so ja wir haben gerade ein bisschen philosophiert darüber panama papiere und paris papiere dass die super reichen und mega reichen reich bleiben weil sie nichts abgeben gut wenn nichts abgibt müssen die untersten ränge noch mehr dran glauben ja man will ja auch da oben irgendwie dazu gehören als politiker manchmal frage ich mich auch soll ich politiker werden nun wenn ich politiker würde hätte ich schon lust den schwarzen zu machen also den schwarzen ritter oder den robin hood ja irgendwie für bürger da zu sein aber welcher bürger möchte denn überhaupt heutzutage noch bürgerlich sein welcher bürger möchte denn heute irgendetwas ins ins leben rufen für den bürger vom bürger denn es gibt auch keinen mehr der anklingelt und sagt immer hast du mal eine tasse zucker oder oder mehl ich bin gerade am backen aber mir fehlt da noch ein bisschen ist heutzutage kann man nicht mehr beim nachbarn anklingeln weil dessen sprache man ja gar nicht kennt und als deutscher sollte man schon mal gar nicht irgendwo anklingeln wenn man die wahrheit und nicht dass die wahrheit weiß weil man es studiert hat weil man es nachgelesen hat oder weil man sehr gute fachlich bezogene anwälte kennt politiker kennt mit dem man sich wirklich gut unterhalten hat über die politik über das recht und so weiter und dadurch natürlich viel kenntnis hat also wenn man viel kenntnis hat von der wahrheit muss man sehr vorsichtig sein diese wahrheit ausgesprochen zu haben weil die nanosekunden das ist aber eine gefährliche wahrheit das geht überhaupt nicht sie haben gefährliches wissen sie sind ein reichs bürger nee eben nicht man ist kein reichs bürger wenn man die wahrheit und nichts als die wahrheit kennt das problem ist nämlich gut gemacht es gibt natürlich diese reichs bürger keine ahnung wo die da rumschwirren und was die sich da ausdenken das hat ja mit dem recht nichts zu tun es geht um das recht das recht ist sehr alt ist auch geschrieben und fungiert ja auch so das problem ist natürlich das strafrecht das ist ein bisschen anders hat ja mit der person zu tun und der person und persönlichkeit kann im strafrecht ganz anders gehandelt werden wie im zivilrecht das zivilrecht ist rein banalität geld mehr macht kein geld noch weniger macht und zwar es geht um geld so wenn wir dann feststellen zum beispiel lag hier ein urteil aber nicht unterschrieben gar nichts noch etwas abgestempelt von einem justizbeauftragten jetzt brauchen wir uns nicht darüber unterhalten wer nicht unterschreibt ist nicht gültig weil eine gültigkeit muss ja durch eine willensbeurkundung ja auch geschlossen sein ob im vertrag egal welcher sollte auf irgendeine art ja auch abgeschlossen sein gut nach diesen 2 zu 4 vertrag nach dieser vereinigung deutsch hat sich natürlich eine menge verändert wir leben nicht mehr in brd und ddr zeit ja brd und ddr zeit war nun mal strukturiert ein sozialer staat sozialismus wo man auf seinem pappraketen auto warten musste bis zu 15 jahre und dieser trabant trabi und so weiter und wo mark war oder wieder da hieß diese auto so überwiegend trabi musste man lange drauf warten auf diese super pappe die auch sechs leute irgendwo hingefahren hat weil der zweitaktmotor nicht so schnell kaputt ging und man konnte ihn auch sehr schnell glaube ich reparieren das war ddr so wir hier in der brd haben auch 40 jahre aufschwung erlebt und wir haben vieles da gemacht freizeit hallo so wir sind keine brd wir sind keine ddr wir haben keine 40 jahre aus den 40 jahren brd ddr sollten wir doch gelernt haben ein neuer deutscher so sagen wie er aussieht ist egal sobald man deutscher ist der deutschen sprache mächtig der deutschen ausrichtung auch sich dem hingegeben hat sagt okay ich bin ein deutscher ich lebe deutsch ich spreche deutsch ich mag deutschland deutschland muss man aber durch 16 teilen es sind 16 bundesländer und müssen 16 mal verschiedene bundesland politiker für den landtag wählen und einmal wählen wir ein für den bundestag für das oberste so und da kann man natürlich nicht mit sprechen da können wir kein bundeskanzler wählen frau merkel das wird da selbst gemacht und so weiter und so fort also wir können keinen bundeskanzler selber wählen wir lernen daraus dass wir nur bundesländer wählen können in dem bundesland wo man lebt stadtregierung sogar die stadtregierung wählen wir wir haben also eine menge wir haben eine stadtregierung die wir wählen den bürgermeister den oberbürgermeister dann landrat im land selbst für düsseldorf hier ist der armin laschig jetzt statt hannelore kraft wir haben politische ausrichtungen und in wirklichkeit ist immer alles gleich die ausrichtung ist eine andere richtig grün gelb magenta die frage lautet weil ich politiker werden quer einsteigen zum beispiel die grünen bist du auch für ein sauberes frohen hausen bist du auch sauber froh da haben die grünen hier fragen die leute hast du keine lust viele nehmen das mit und denken man kann damit geld verdienen indem man hier rumschrubbt nee man soll mit den grünen zusammen freiwillig hier alles sauber machen naja man soll die stadt freiwillig sauber machen bist du nicht auch froh wenn die stadt sauber machen dann frage ich mich wozu haben wir Eber das ist die firma die an sich dafür zuständig ist wir zahlen horrendes geld damit hier alles sauber wird wir als betriebe erst recht wir müssen hier auch alles sauber halten und so weiter ja dann gibt es natürlich dann die etwas radikalere politiker die da hochhalten ey leute wir sind deutsch wir sprechen deutsch ihr wisst schon da wollen wir gar nicht drauf eingehen das ist eben so die tragen auch diese sogenannten zippel mützen es war einmal äh ein land im herzen ne und so ein quatsch ja land im herzen und so dann auch für die kinder da sind die anderen hallöchen grüß euch ja gerade mit kunden gesprochen ich soll also kein politiker machen weil politiker sind halt wie die politiker sind und meiner einer ist halt nicht so ja ich würde sehr gerne politik machen für den bürger mit dem bürger und mal aber boah ich weiß als starbos als euer rebell ähm ist das als captain rex ist das so eine sache wie den menschen auch auf den weg bringen nicht des kaisers neue kleider zu huldigen und nicht den leuten da vertrauen die uns da wirklich von morgens bis abends äh sachen da auf den weg bringen vorhin hat herr lindner auch wieder habe ich nur gesagt unter dem holzkreuz muss da hängen die sitzen da in so einem komischen raum da sind da am verhandeln der sah ein bisschen merkwürdig aus der raum ziemlich großer raum wo die politiker sitzen die grünen und dann die bayerische fraktion dann frau merkels fraktion etc also die gesamte mannschaft sitzt da an einem riesengroßen u äh haben da ein riesengroßes kreuz da hängen äh ja sind ja unheimlich krispe ich weiß nicht also boah politiker mit mit jesus christus kreuz da ich weiß nicht also noch noch also ich weiß es nicht also ich komme aus einer ziemlich alten zeit aus den 50er 60er jahren und äh da war schon ne also man hat uns da schon geimpft also politik fußball und religion sollte man die wir uns wirklich raushalten und dann lieber über andere sachen äh reden und spaß haben ja das sind solche sachen also politik sollte ich nicht machen aber wenn man ja wenn man so staro star trek und auch die anderen serien sieht die man halt im moment nur bei netflix ähm unter sehen kann also wenn man solche serien sieht die in der zukunft spielen da gab es jetzt eine da wurde auch schon die leute die es nicht schafften die haben ein grundeinkommen bekommen und leben vom staat der staat hat dieses grundeinkommen diesen leuten zugänglich gemacht da gab es eine maßfraktion eine erdfraktion und eine gürtel fraktion also menschen die von der erde weg zum mars den mars besiedelt haben und dann auch in den randzonen auch besiedelt haben dann sich die gürteler die marxianer und die erdmenschen und zwischendurch natürlich die kartelle die panama und paris papier so richtig haben auch schon in der föderation beziehungsweise auch in den serien sci-fi serien und wenn man sich diese sci-fi serien anschaut auch jetzt die neue star trek sci-fi serie sich anschaut ähm merkt man schon dass es fast immer alles dasselbe ist auch ähm wenn man jetzt die discovery sieht äh die ärzte die da arbeiten oder wo man sich selber verarzten kann ähm ist fast immer das gleiche ne und wie gesagt politiker waren und politiker bleiben sie sind korrupt so also kann unser einer gar kein geht nicht weil er ist nicht korrupt so lassen wir das wie gesagt wenn wir glück haben kommt hier eine poststation mit rein wäre gar nicht mal so schlecht also die kunden wünschen es sich somit haben wir uns mal beworben und am montag kommt jemand vorbei der sich das anschaut und jetzt vielleicht befürwortet ähm diese sogenannte postdienststelle ähm wie gesagt wäre machbar ähm muss jetzt nicht unbedingt dhl sein also ähm päckchenannahme oder so müsste man gucken man kann auch so eine postdienststelle machen wo man halt postwertsachen halt anbietet für die kunden müssen wir mal schauen weil die postbank hier nebenan äh ist ja ein paar meter weiter ist gls und hermes äh unser eins könnte dann was weiß ich eine dhl station hier aufbauen müssen wir mal schauen wie gesagt sind reichlichst äh quadratmeter zur verfügung vielleicht hier der ehemalige star wars shop ja der ehemalige star wars oder die ehemalige star wars oder der ehemalige filmclub kann ja weichen dass da vielleicht ähm ja dass da vielleicht die post hinkommt müssen wir mal schauen ne wir bieten ja eine menge an so ist es ja nicht star wars verlässt uns jetzt langsam sind ja nur noch 37 tage 37 tage und dann haben wir äh star wars im kino so und ich überlege mir noch ob ich so einen kalender macht 30 tage kalender so eine art counter 30 tage und jeden tag so einen kleinen clip so als anreiz zu schauen auch nicht allzu lange muss ich mir mal angucken weil so ein clip muss ja hergestellt und sich ausgedacht Türchen auf Türchen zu äh auch die animation müsste dann stimmen müssen wir mal gucken auf das zahl grüße hallo 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 hallo